So, Ploxy spielt Sonic All-Star Racing Transformed. Ich hatte den Vorgänger schon auf der Wii, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, nur die Grafik fand ich natürlich scheiße, vor allem zu zweit. Fehlt noch irgendwelche Animationen und sowas, wenn man gespielt hat. Ja, jetzt mal auf PC, dieses Transform, wo man sich auch in Boote und Flugzeuge verwandeln kann. Die Streckenabschnitte werden immer anders. Zwischendurch auf einmal fährt man auf der Straße, in die nächste Runde fliegt man die Strecke durch, weil auf einmal die Strecke irgendwie kaputt ist oder sowas. Ist auf jeden Fall schon geil gemacht. So, wir wollen mal loslegen. Ich mache mal Karrieremode und wir nehmen mal Grand Prix. Dragon Cup, ja, ist gut. Nehmen wir mal den ersten, was nehmen wir mal? Ähm, ja. Ach komm, nehmen wir Medium. Bisschen Herausforderung, wie ich haben. Weil oft bei dem Gequatsche kann man sich nicht so gut konzentrieren, aber trotzdem machen wir Medium. Ich hoffe mal, ich werde dazwischen durch einmal Erster. Ja, Charaktere habe ich schon einige freigeschaltet. Nicht allzu viele. Aber, ja, Team Fortress und sowas. Ja, dann nehmen wir aber, wir nehmen mal Sonic. Äh, ich habe mit Sonic schon gespielt und habe den schon bis aufs Höchste sozusagen. XP, deswegen kann ich bis hierhin benutzen. Da ist auf jeden Fall noch ein Cast hin. Ich weiß nicht, wann man das kriegt. Äh, XP kann ich keine mehr kriegen. Ich habe 15.000 voll und, äh, ja, kriegt man wahrscheinlich durch irgendwas anderes. Ähm, ja, jetzt kann ich mir aussuchen. Boost oder Accolation oder Speed. Ja, ich denke mal, wir lassen das mal bei Speed. Ähm, ja. Ach so, während der Ladezeit könnt ihr noch irgendwie versuchen, irgendwelche Bonuse zu kriegen. Ja, natürlich kriege ich wieder nix. Scheiße. Natürlich wieder nicht. Nein, im LP nicht. Ne, wie immer. Ja, okay. Auf jeden Fall ist das eine geile Startmap. Ihr könnt wieder... Ah, scheiße. Voll der Fail. Verdammt. Ihr könnt, äh, während des Zählens, äh, euch aufladen schon am Start. Und das hat jetzt bei mir natürlich wieder nicht geklappt. Mich wieder einmal verdrückt oder so. Wieder Booster und Drift, womit ihr Tore bekommt. Auf jeden Fall ganz geil gemacht. Die Grafik ist auf jeden Fall auch super für das Game. Pass vollkommen dazu. Man erkennt auch wirklich alles. Ich muss sagen, selbst im 2-Player-Mod, wenn... Ah, wenn man hier lokal spielt und... Scheiße. Äh, Splitschreen hat. Dann, äh, sieht man immer noch alles ganz gut. Also, erkennt man trotzdem noch alles. Zumindest auch in meinem Display jetzt mit der Auflösung hier. Oh, ferngesteuert. Gut. Dann weiß ich mal den Vordermann ab. Ja, komm, fahr, fahr, Sonic-Mobil. Oh, der Slide. Oh, die Strecke ist ziemlich kurz. Komm, 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 komm. Ah, Mann. Ja, hat noch gereicht. Cool. Uah. Scheiße, ich hab nix. Ich hab nix. Nein, wieder daneben gefahren, ey. Komm, den Sliden wir mal bis zum Abgrund hier. Uuuuh. Jetzt aber... Nein, wer hat mich erwischt, ey. Nein, jetzt knall ich auch noch davor. Oh, verdammt. Natürlich wieder MLP. Muss natürlich wieder alles passieren. Eis, okay. Ja, guten Turbo hab ich noch gekriegt, Gott sei Dank. So, jetzt krieg ich noch ne Lila, ne? Nein. Schade, nicht gereicht. Ah, das ist gut. Komm. Legt euch da hin, ihr Bienchen. Nein, doch nicht. Wo sind die Bienen hin? Die sind doch jetzt nicht echt nach oben, ne? Ah, da sind sie. Oh nein, toll. Ah, sehr gut. Zweiter, 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 zweiter. Komm, den ersten muss ich auch noch kriegen, hier. Boah, erstmal den Hintermann von mir kaputt machen, hier. Na, hab ich ihn erwischt? Nein, schade. Soll mir was Gutes ein? Ja, das ist gut, das ist gut. Das benutze ich erst, wenn ich auf der Straße bin gleich. Alles andere wäre Schwachsinn. Das war super Turbo. Und jetzt auf die Straße, auf die Straße, auf die Straße. Weißt du, Fernsteuerung. Bam. Bleib bloß weg von mir. Was machst du da? Alter, fahr. Junge. Nein, nein, nein. Jetzt verüberholen die mich alle wieder. Nein, kurz vorm Ziel, ey. Was für ein Fail. Kurz vorm Ziel. Haben sie mir den ersten Platz geklaut. Verdammte Scheiße. Naja, auf jeden Fall habt ihr schon mal die Strecke gesehen, hier. Ich denke mal, wo stehe ich denn jetzt? Ah, auf den vierten, ey. Ihr seid doch, ey, scheiß Computergegner, ey. Naja, komm, komm, komm. Skill, skill, skill. Da seht ihr, ich habe 15.000 von 15.000 und kriege nichts mehr drauf. Von daher... Stickers, Crackdown, Unlocked. Ja, super. Ja, Samba Studios. Das ist das nächste. Wollen wir mal auch mal fahren. Fahren wir mal auf jeden Fall die zweite auch nochmal. Komm, 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 komm. Erlebt, erlebt. Ich habe noch Chancen, komm. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Komm schon. Ja, Kirschen. Swarm Attack, slow you down weniger. Ja, gut. Also, wenn ich in Bienen reinkomme, verliere ich nicht so viel Speed. Wollen wir loslegen. Auch diesmal nicht verpassen. Three, two, one, go. Ja, wenigstens ein Klein-Turbo. Auch wenn ich den Lelanden jetzt nicht geschafft habe. Aber geht schon. Ah, warte mal. Das war, glaube ich, diese Strecke, wo man hier sehr lange sliden kann. Komm, komm, komm. Ich muss ihn mitnehmen. Komm, 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 komm. Level 3 Drift. Und komm, kriege ich noch den letzten... Ah, scheiße. Nee. Jetzt gibt es noch so einen Superdrift oder so. Nein, ey. Das ist doch nicht wahr. Warum werde ich immer abgeknallt? Komm, komm. Erwisch einen. Erwisch einen, ey. So, Turbo. Jetzt muss ich aber jetzt weiter werden oder so. Das geht nicht. Das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen hier. Oh, jetzt geht es wieder weiter im Wagen. Im Wagen, komm. Komm, was Gutes, was Gutes, was Gutes. Ja. Ja, der ist gut, der ist gut. Jetzt den Turbo. Gleich muss ich ihn auslösen. Ha, erstmal alle erwischt. So, jetzt bin ich noch Erster. Das hält sich natürlich wieder nicht für lange. Ich weiß das schon. Komm, pack ihn dir. Pack ihn dir. Pack ihn dir. Pack ihn dir. Bam. Yeah, die sind aber auch schnell, ey. Kann doch nicht sein, dass mein Sonic so langsam ist hier. Naja, jetzt driften wir den erstmal wieder davon. Nein, natürlich wieder. Haben die alles eingesammelt und mir nichts gelassen. Ja, super. Knallt euch gegenseitig ab. Und jetzt gibt es erstmal meinen Superspeed hier. Uh. Komm, 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 komm. Yes, erwischt. Oder nicht? Nein, scheiße. Doch, jetzt komm. Erwisch ihn noch. Was ist los? Wo fährt der hin? Der sollte eigentlich den vor mir erwischen. Nein. Komm, 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 komm. Spring, 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 spring. Ich kann es noch schaffen. Ich kann es noch schaffen. Ist noch nicht alles vorbei. Boah, den sind wir gut ausgewichen. Aber gut, dass ich jetzt noch... Komm, 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 komm. Wir gehen jetzt diesen Weg hier. Sag mal, was gut ist einem, was gut ist. Ah, naja. Scheiße, ich bin wieder... Ich habe wieder so weit... Ah. Das war eigentlich die Scheißstrecke, wie ich gerade gefahren bin. Habe ich ziemlich viel verloren. An Zeit. Aber jetzt, komm. Durch diesen Turbo... Ach, scheiße. Komm, komm, komm. So weiter, so weiter, so weiter, so weiter, so weiter, so weiter. Final Lap. Ich muss es noch schaffen. Speed, 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 speed. Wir sind alle noch ziemlich dicht auf. Ja, ja, war klar. Natürlich. Ah, die gehen von mir weg. Da das meine waren. Gott sei Dank, ey. Sonst wäre es ja dämlich. Also kann man die auch beruhigt nach vorne schießen. Sliden, sliden. Ey, das ist doch echt nicht normal, ey. Ja, noch einmal. Genau. So, da kriegst du ihn aber wieder, ey. Old Star. Jetzt kann ich fliegen. Uh. Der Old Star kommt mir jetzt genau gelegen. Also wirklich. Leider ist keiner vor mir. Jetzt kann ich nichts abschießen. Aber jetzt kann ich es auf jeden Fall rausreißen. Komm. Erster muss ich werden. Yeah. Komm, 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 komm. Wahnsinn. Und diese Ufos hier, Alter. Mit dem Boot auf Lava fahren oder was auch immer das ist hier. Und perfekt. Ja. Sonic ist erster geworden. Wie hat er das denn geschafft? Das darf doch nicht wahr sein. Ten Points. Woo. Results. Ja. Auf den ersten Platz bin ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Das war's. Kriege ich wieder Weapon. Token collected. Fünf. Total Earth XP. 1585. Und da fahre ich. Next Race. Restart GP. Quit. Ja, natürlich. Next Race. Wir wollen die nächste Strecke uns angucken. Ja, vielleicht kriegen wir noch was Gutes hier. Ah, Citroen. Boost Pickup. Last Longer. Ja, nicht schlecht. Wenn ich einen Boost kriege, dann... Oh, das ist glaube ich diese Strecke, wo man mehr fliegt als fährt. Die macht auf jeden Fall Spaß. Oh, jetzt habe ich mir ja nicht aufgepasst hier. Aber egal, komm. Das Fliegen geht gleich schon los. Oh, jetzt habe ich den Speed verpasst. So, aber egal, komm. Jetzt reißen wir hier sowieso noch. Ihr könnt natürlich schön durch die Turbo fliegen. Solltet ihr tun. Sonst ist es schlecht. Ah, ich habe Rakete schon. Na, bringt mir noch nicht viel. In der Luft ist es sehr schwer zu treffen, wenn man mit den Dingern schießt hier. Und, und, und. Yeah. Aber gleich können wir wieder einen super Slide machen hier. Ich denke, wir können schon anfangen. Oh, komm, 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 komm. Ich kriege mit. Yeah. Ja, das war ein super Turbo, ey. Komm rein. Ja. Eben, wir gehen mal diesen Weg hier. Komm, 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 komm. Ich will was Gutes, was Gutes, was Gutes. Ah, Fernsteuerung ist gut. Aber ich warte wieder, uah, bis ich, äh, bei dem bin. Bis ich beim Fahren bin. Weil im Flug funktionieren die Dinger irgendwie nicht so wirklich. Komm, hau rein. Komm auf den Boden, komm auf den Boden. Und weiter geht's. So, jetzt können wir ihn loslassen. Jetzt müsst ihr ihn eigentlich erwischen. Und Turbo, komm, 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 fahr, düst, spring, flieg. Ja, die fliegen. Komm, komm, komm. Ah, scheiße. Der fährt jetzt ins Wasser, ne, oder? Ich weiß gar nicht. Ah, der ist weg. Die ferngesteuerten Dinger müssen auch auf einmal anfangen zu fliegen, wenn die da durchfahren. Das wäre geil. Komm. Bienensfahren. Ja, komm, machen wir es mal hier. Irgendwo setzen sie sich gleich ab. Da. Haha, ey, der ist gut. Haben sich gut gesetzt, ey. Double Swarm hin. Oh, ich hab Allstar. Geil. Komm, und jetzt, 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 jetzt. Nein, noch hab ich Turbo. Komm, brauch ich noch nicht verwenden. Und ich fliege, ich fliege. Komm, jetzt komm mal hier durch. Komm, 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 komm. Komm, nehmen wir Allstar. Dann können wir erstmal hier durchdüsen. Und ab nach oben. Wuhu. Boah, shit. War nicht genug dran, dass ich den treffen konnte. Komm, komm, komm mal jetzt. Ah, daneben, ey. War wieder. Oho. Ich stehe unter Beschuss. Ich stehe unter Beschuss. Komm, komm. Düst, 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 düst. Ah, ich, komm, letzte Runde. Ich muss den erwischen noch. Natürlich will ich Erster werden. Ist ja wohl klar. So, den Wirbelwind, den bewahren wir uns jetzt für ihn auf, ey. Das ist auf jeden Fall. Komm, und weiter geht's. Komm, 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 die Bienen sind da. Das sind meine Bienen noch, meine Bienen noch. Ich bin Erster, ich bin Erster, ich bin Erster. Komm, komm, komm. Ah, slide, slide, slide. Nein. Ich bin blöder. Ja, habe ich noch erwischt. Ja, Revenge. Stand da noch extra. Die Rache. So, jetzt gehe ich wieder hier lang. Ich finde den Weg besser hier. Auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Fliegen, 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 fliegen. Wahnsinn. Komm, 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 komm. Die Kugel ist eigentlich scheiße jetzt. Nein, schon wieder daneben. Erste, darf doch nicht wahr sein. Komm. Hey, ach, der hat die Abkürzung genommen. Verdammt. Deswegen, ey. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, bin ich Dritter geworden. Durch diese scheiß Abkürzung. Aber jetzt weiß ich, dass die da ist. Hier gibt es bei vielen Strecken sehr viele Wege, die man nehmen kann. Und deswegen... Vor allem, die hat man jetzt aber ganz schlecht gesehen, wenn man die nicht wusste. Dritter Platz. Das darf doch nicht wahr sein. Wie ist das denn dazu gekommen? Dritter Platz. Wir wollen aber nicht Dritter sein. Okay, jetzt sind wir in der Gesamtposition, sind wir auf den ersten. Das müssen wir jetzt auch noch halten. Ich hoffe mal, ich schaffe das gleich. Aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Weiter im Game. So, spin, spin. Ja, ich krieg natürlich wieder nix, war klar. Ja, Erdbeeren, start with ice in the next event. Okay, ist ja schon mal Vorteil. Mit ice. Oh, Panzer Dragon. Und... Und... Two... One... Yeah. Yeah. Und ab geht's. Woooo. Ich bleibe jetzt extra erstmal ein bisschen... Ah, hinten wollte ich schon sagen. Boah, hat mich einer hier aber richtig geflasht, ey. Das lass nicht auf mir sitzen. Achter, komm, jetzt geht's aber ab hier. Turbo. Turbo zur anderen Seite. Nein, ich krieg die nicht mit. Also, wenn ihr haltet, könnt ihr auch... Komplett alle... Ähm... Ice-Dinger machen, wenn ihr mehrere habt. Wie auch im alten Game. Daneben, daneben. Alter, der hat auf einmal Turbo gemacht, ey. Die machen Turbo ohne, dass sie driften, ey. Das ist so krank. Wir sind voll die Cheater. Komm, 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 komm. Die Höhle sieht geil aus, komm. Da müssen wir durch. Ich mach jetzt meine Aufholrunde hier. Aufhol... Aufholrunde. Wer hat einen All-Star? Scheiße. Verschwinde. Mit deinem All-Star. Nein, ey. Das gibt Rache. Komm, komm, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ey, jetzt werde ich schon wieder abgeknallt. Warum? Ey, das ist doch nicht wahr. Dreimal hintereinander. Zack, zack, zack. Was für Schweine. Komm schon, Sonic. String dich an. So, jetzt kommt Sonic All-Star hier. Das ist gut, das bei der Bootstrecke zu benutzen, weil... Als Boot ist man immer irgendwie ein bisschen langsamer. Komm, komm, komm. Was hab ich hier? Ah, Fernsteuerung. Ich glaub, die lass ich mir, oder? Sind wir noch lange genug Boot? Ah, egal. Komm. Voll das kleine Miniboot. Das sieht geil aus. Oh, noch einen hab ich. Ja, dann holen wir uns den auch mal, ne? Ey, ist weg. Nein, das ist doch nicht... Ja! Oh, der hat auch eine Pferdsteuerung. Scheiße, ich muss auch passen. Aber der schießt bestimmt nach vorne. Wenn er schlau ist, nicht nach hinten. Oh. Oh, diese blöden Bienen. Nein. Oh, da hat schon wieder einen noch einen All-Star. Geh weg. Oh, der düstere war ab, ey. Ja, was ist das? Scheiße, komm. Komm, 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 komm. Ah, ich muss jetzt... Leider... Ah, ich fliege. Fliegen ist geil. Oh, ho, ho. Außer man wird hier erwischt. Ja, genau. Hat das mir weggeschnappt. Komm, 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 komm. Ja, man kann auch so coole Moves machen mit dem Stick. Schon wieder einer in All-Star, ey. Ich will auch in All-Star. Ja, klar. Genau, wenn ich schon aufgeladen bin, ey. Dann krachen sie mich weg hier immer. Yeah, kleines Flugzeug. Komm, flieg hinterher. Uh. Erwischen. Ja. Komm, 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 komm. Ah, nein, wieso habe ich zweimal gedrückt? Ich bin doch doof. Das war ein Spiel. Ich dachte erst mal, ich kriege eine Waffe. Deswegen wollte ich gleich losfeuern. Nein, war es nicht. Komm. Welcher bin ich? Welcher Platz war ich? Scheiße, jetzt habe ich... Ah, dritter Platz. Acht Punkte. Oh, das könnte knapp werden. So, an dieser Stelle ist das Game leider abgekackt. Ich weiß nicht warum. Irgend so ein komischer Fehler ist passiert. Ähm, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal einen neuen Cup spielen, weil in diesem habe ich ja alle vier Welten schon gezeigt. Äh, was heißt Welten, alle Strecken, alle vier. Und der nächste Cup wird dann demnächst folgen. Könnt ihr euch dann auch anschauen, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann beende ich das damit und viel Spaß noch.